und sonst steht für euch eine spannende woche an ist das schon oder ab morgen noch einen tag und danach habe ich die restlichen drei tage von der woche frei also die restlichen fünf entsprechend kommst du dann auch online was in der zeit zu machen ich habe da noch ein zwei termine das ist das problem deswegen habe ich ja frei genommen keine schöne termine oder was und he's a former military sharpshooter Mike meinte ja, dass es irgendwie dieses Jahr keinen neuen Pass geben wird. Das wäre echt krass, fand ich. Keinen neuen was? Also dass es keinen neuen Pass gibt. Ähm, hier im Ortlau-Pass. Fände ich irgendwie krass, wenn jetzt zu Weihnachten nichts mehr kommt. Hast du dir eigentlich diesen kostenlosen Anzug schon geholt, den man sich holen kann? Nö. Musst du zum Schneider und dann musst du halt Schuhe, Hose und sonst was auswählen. Also gibt es ja bestimmte, die dann kostenlosen. Gibt es eine Strategie? Äh, wir können versuchen leise zu sein, bis wir es nicht mehr sind. Sollte ich nicht den Elefantentöter nehmen, oder? Ah ja, vielleicht unbedingt. Mal gucken. Ah, da sind zwei nebeneinander, das ist natürlich froh. Wieso? Ich dachte, das ist sogar noch besser. Ach so. Wenn wir zwei gleichzeitig ausschalten. Sehr gut, weil du meinst, dass diese Koordination funktioniert? Ja. Ich versuche den hinteren dann zu nehmen. Ich kann ja Deadeye für einen benutzen. Du schießt. Sobald ich es losgesehen habe, dass du... Okay, der ist schon mal. Moment. Ich habe den hinteren analysiert. Ich sehe nicht, was der hinteren und was der vorderen ist. Äh, der, der mehr im Süden ist. Ja. Oh, der ist, der ist, der ist, okay. Der ist, ähm... Auf der anderen Seite der Straße quasi. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Oh Mann. Ja, okay. Mach einfach. Mach einfach. Na, der bewegt sich jetzt. Ah, der hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Ach, der ist auch überrascht. Ah. Okay, sollte zu dem selber. Wen haben sie gesehen? Vielleicht haben die mich gerade gesehen, ne? Ja, das könnte sein. Okay. Äh, der Bogen anspannend geht dann ganz schnell auf die Ausdauer. Das war mir jetzt leer. Ich glaube, zu dem Thema. Naja, wir haben aber Steuernsgestaltung. Genau. Wir steuern uns langsam. Das, das ist, das ist deutlich mehr als... 100%. 100% steuern, ja. Ah, geht schon los? Ja, wir haben schon... Wir wollten Sneaky sein. Ja, sehe ich. Ja, das würde es richtig sein, ist mal so. Also, die zwei haben wir erwischt, nur wurde ich danach gesehen. Oh. Äh, es könnte sein, dass der Gesuchte nicht mehr lebt. Zum Glück, spielte es bei der Sterne Sprache noch überhaupt eine Rolle. Spielt es dann ab an Schwierigkeitsgrad eine Rolle? Ist es wie bei dem... Ja, manche, manche musste leben, auf jeden Fall. Das weiß ich. Das ist eigentlich auch mal das Ziel, ne? Besser für die Ehre. Ach so. Aber, aber wenn du eine Drute abgibst, kannst du aber auch... Die Söhne Bewegungen. Okay. Da wird man nicht mehr verfolgt, oder? Die Leiche wird nicht verfolgt von Leuten. Nee, nee, der Typ lebt noch. Der Gesuchte lebt noch. Der Gesuchte ist tot. Der Gesuchte ist tot. Der Gesuchte ist tot. Der Gesuchte ist tot. Ah, okay. Tatsächlich. Ja, war ich so im Schießen drin, dass ich das nicht... Schade, 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 schade. Ja, passiert. Ja, mal. Kann man nichts machen? Ganz ehrlich. Wiederbeleben. Einfach hier so, äh, mach mal Mund, äh, Mund zu Mund. Eine Mund zu Mund, okay. Ist der Kopf noch dran? Der Kopf ist noch dran. Ich glaub, das kann man noch reparieren. Oh, Mann. Aua. Nein, das wollte ich nicht. Ne, ich hätte den Fallen lassen. Ach, ich reibe mein Zeichen. Ja, gut. Ich meine, wenn der jetzt ein bisschen dreckig wird, das ist ja nicht so schlimm. Der Sandbill. Oh Gott. Ich bin zu laut, der ist. 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 Wir hätten dann sein Pferd da grad so stehen lassen, als ich dagegen geritten bin. Ich bin zu laut, der ist. Ich bin zu laut, der ist. Ich bin zu laut. Oh Mann. Ich seh's gerade. Ich schreit hier halt auch noch hinterher. Ach so, das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob's so schlau ist. Okay. Wir haben's geschafft. Ist mutig auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Ich hab immer noch keinen Hut auf. Was soll denn das? Hast du hier auf dem Pferd dann aber einen? Ja, ja, ja. Hab ich. Alles gut. Oh, was ist denn? Ja, nach vorne schauen sollte man auch noch. Ah sorry, das bist ja du. Ich glaub, ich glaub da den Weg lang zu rein nicht. Das ist jetzt gerade meine besten Schrauben. Ja, das ist... Ja, wir haben ja noch ein paar Leute... Aha, okay. Und was ist mit den Leuten da? Die sind neu gespawnt. Die sind... Die sind frisch. Die sind nicht aus... Mit Verwoll gewaschen. Bisschen kuscheln, ne? Ja, ein bisschen. Der hat... Der hat den Streichleiner verdient. Die Leiche oder ein Pferd? Beide. So. Kannst du ja an den Schienen abkürzen. Auch. Glaub ich, oder? Ein paar Meter. Ich mach denen nur Angst. Wenn überhaupt. Mein Pferd ist da an was reingetreten. Okay. Dafür hab ich die Auszeichnung fertig. Kannst du... Kommst du das ab? Wieder? Das Pferd jetzt reinigen? Ja, ist saubere Sache. Jupp. Alles schicko. Schicko. Ja. Kann man nicht widersprechen. Machen wir noch eine? Er hat leider eine Abklingzeit. Also wir können normale Berüchtete machen, aber jetzt die Legendären haben irgendwie dreiviertelstunde. Ja. Ja. Einen Tag. 48 Minuten. Ich kann auch nochmal Lieferungen machen oder sowas. Ähm. Also ich hab im Moment keine. Glaub ich. Ich hab überhaupt gar nichts. Ja. Wir machen ein berüchtetes Kopfbilder. Gibt's vielleicht auch was mit mehr Zielen. Machen wir mal. Ja. Ciao. Adios. P prot vegetal Gerry. P nat離ose.